Ich mag diese Schule, weil es große Pausen gibt, die Klassenlehrer cool sind. Hier kann man auch sehr viel lachen, man lernt auf jeden Fall sehr viel dazu. Es ist egal, woher du kommst oder wer du bist, du wirst auf jeden Fall hier akzeptiert. Auch von den Lehrern, du wirst hier auf jeden Fall fair behandelt. Man sagt, was man denkt, man kann auch mal Gefühle zeigen, man muss nichts unterdrücken und vor allem kann man sich auch trauen, der zu sein, der man ist. Wir sind eine sehr kleine Gesamtschule, wir haben nur vier Züge, das bedeutet die Klassen A, B, C und D und wir haben eine doppelte Klassenleitungsbesetzung, das bedeutet immer zwei Lehrer oder Lehrerinnen kümmern sich um die Schüler der Klasse. Außerdem haben wir zwei Gebäude, wir haben ein Gebäude nur für die Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 und wenn die Kinder dann größer sind, unsere Schülerinnen und Schüler, dann gehen sie ins große Gebäude und da sind die Jahrgangsstufen 8 bis 13 untergebracht. Musik 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 Jedes Kind ist individuell und wir versuchen die Stärken und die Talente dieser Kinder zu fördern. Musik 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 Ich habe Sachen einfach gelernt und bin so gewachsen in diesen ganzen Jahren, die ich jetzt schon hier bin. Es ist schon krass, was die Schule hier alles leisten kann. Musik Man kann hier auch sehr viel Spaß haben. Musik Die Lehrer hier sind alle sehr offen und wenn wir neue Vorschläge vorbringen, dann werden die immer akzeptiert und auch umgesetzt. Musik Ich finde einfach diese Schule toll. Musik Wir wünschen uns für unsere Schüler, dass sie hier gut ankommen, dass sie eine gute Schullaufbahn hinlegen, dass sie gut beraten werden und dass sie, wenn wir dann das Zeugnis überreichen, glückliche Menschen sind, die auf eine schöne Schullaufbahn zurückblicken können und selbstbewusst ins weitere Leben starten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020